Der Finger weg. Doch, ich weiß ja, das geht. Ja, das jetzt nicht das ganze Gold. Ich muss jetzt mal gucken, was man am wichtigsten jetzt rauszieht. Ich würde es mich eh nicht hauen. Äh, finde ich nicht. Versuche ich hier irgendwie alles irgendwo reinzupacken. Hammerhead. Irgendwo keine Computer-Craft-Config, nice. Geht keine. Gibt es also nicht. Habt ihr irgendwie so bestimmte Kisten, wo ihr Materialien einfach... Also so... Nope. Oder überhaupt? Wir warten eigentlich nur auf Linus, dass er es eben eh fertig macht. Ja. Das kann noch lange dauern. Momentan haben wir überall alles drin. Falsche Antwort. Das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Falsche Antwort. Ja. Das ist aber die richtige Antwort. Falsche Antwort, falsche Antwort. Kannst mir einfach widersprechen. Ich meine, wenn ich für einen so einen scheiß Inscriber teil... 1500 Blöcke laufen muss, dann kann das noch ein bisschen dauern. Na, brauchst du? Was? Ich brauchst du Inscriber... Ich brauchst du Inscriber-Teile. Wie viele du insgesamt brauchst. Ich wonder. Wie viele? Wie viele? Mit dem Wort, wie viele, erkundigt man sich nach einer Mengenangabe. Die meistens in einer Zahl besteht. Ich brauch nur eins. Außer wenn man mit Lenny redet. Nudge-Guttern, Touch-Binding. Hast du gerade gesagt, du brauchst nur eins, aber davon ganz viel? Ja. Ganz, ganz, ganz viele vorgepresste Plattenteile. Ja und, dann press sie doch selber. Also brauchst du eigentlich eine Vorlage, dass du auch welche machen kannst. So kann man die nicht machen. Ne? Ich muss mal finden. Mach sie einfach so. Lenny, du bist verwirrend mit der Erklärung. Ja. Die kann man nur aus derselben Dings machen. Denn hier ist reiicht. Zu viel Wachwissen. Dede, halt die Fresse. Du wolltest ja eigentlich zu tun. Doch. Du brauchst eben noch dazu übrigens noch die Oxy-Gala-IKEA-Worstück-Transformation. Und dann kannst du damit mittels eines... Dede, halt's Maul. Hä? Hä? So, Diamant saugt dich jetzt voll mit Blut. Oh ja, ich will auch Blut. Machst du das da oben hin? Ja. Kann man noch irgendwo woanders hinstellen. Ja, kann man noch woanders hinstellen. Das ist ja noch harmlos, das andere Teil, wo du das verbinden musst. Das ist es. Oh, der Blut. Es saugt sich einfach nicht voll. Wie viel Blut brauchst du denn noch? Ja, du musst erst mal das Ding voll haben, ne? Oder hast du schon Stufe 2? Nein. Für den Diamanten brauchst du noch Stufe 2, dann? Nee. Klar. Nein. Klar brauchst du dafür Stufe 2. Ich bin da... Nein. Mach Stufe 2. Das ist, glaub ich, sicherer. Und mach den dann voll. Ach, jetzt Maul. Blut, Alter. Ich bin Dede. Oh, ich bin so ein Hurensohn, ne? Ja. Nee, bin ich gar nicht. Doch. Voll. Jeder gibt den ne Bestätigung. Sag aber mal gar nicht. Nee, Lenny, ist noch besser, wenn du nichts sagst. Haaah. Hast du mich grad ernsthaft geschlagen, Dede? Nein, du bist gegen den Busch gelaufen, du schlaue Birne. Du schlaue Birne. Schlaue Birne. Such ihn nicht nach Ausreden. So, töte ihn. Nein. Hier, komm, ich baue dir sogar noch ein paar Büsche mehr hin. Da kann man die ja aufeinandersetzen. Nein. Wieso findest du die Config von Computercraft? Ich bin bescheuert. Warum? Ich hab die doch gefunden. Erleggt? Ich find da keine. Oh, du bist... Baaah. 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 Du hast doch selbst das View Limit erhöht, oder nicht? Baaah. Ja, das von Computercraft. Hä? 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 Er hat wahrscheinlich nur Turtle gesucht. Baaah. Ja, das war eigentlich nur Computercraft. Warte mal. Der hat bestimmt nach Turtle gesucht. Na sicher. Adrian, ich hab dir gesagt, Drogen sind nicht gesund. Das moll. Nein, nein, zu drohen. Nee, aber da ist nix drin mit, dass irgendwas kaputt geht. Genau. Doch, meinte ich. Bei Drogen ist was drin, wenn das was kaputt geht. Nee, wie gesagt, das muss dann extra Mod sein. Ernsthaft Skelett? Ich crafte gerade. Lass mich doch arbeiten. Was ist... Habe es eliminiert und es leckt. Hör doch auf! Es hat geleckt. Tut mir leid. Ja, ja, ja. Ausrede. Hat nicht geleckt. Oh, Basalt. Bleck, griff, fisch, schuld, oh. Warum gibt es dazu keinen Wiki-Eintrag? Weil, halt. Wiki. Einträge. Aua. Nein, nicht Fallen Knight. Was ist mit dem? Hütten. Hütten. Doch, viel Spaß. Nein, der geht. Der darf dich nur nicht first hitten. Oh, richtig schön, wenn so Biome einfach aufhören. Tot. Warst du da noch nicht so schwer an diesem Typen? Wenn der dich als erstes hittet. Was ist denn dann? Dann bist du tot. Warum? Weil der genauso ist wie die Wizzercad. Was ist das für ein komischer Mod, ey? So geil. Fehlt mir nicht. Warum nicht? Der Mod macht mich aggressiv. Aggressiv? Aggressiv, ja. So wie Aggregats. Zustand. Zustand. Oder das Ding geht nur beim Exquavaten nicht. Lass den Tunnel gerade bohren. Der ist gleich 100 Blöcke gleich fertig. Also 100. Da ist ein Reiter. In der Cerne. Töte es. Bevor er's Eier legt. So, du komischer Diamant. Du hast jetzt genug Krams. Angriff. Und aus dem Zentus, wenn du meinst, braucht Tier 2 für den Diamanten. Man braucht diesen, man braucht den Blattohr, um die Runes zu machen, um auf Tier 2 zu kommen. Hört's im Maul. Wusstest du, wie mich das gerade interessiert? Gar nicht. Deine Sachen sind eh im Grab, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Deswegen zieht's immer in den Grab. Hinabsteigen. Öh. Hatte nur ein paar Sachen gehabt. Der Rest ist im Rucksack. Rucksack, Backpack. Backpack, Rucksack. Yeah. Sag mal zu Bäumchen. Warum hast du das Steigen hingepackt? So, der hat ein richtig motiviertes Yeah. Woll ich einmal zu? Yeah. Wollen wir vielleicht schlafen gehen, Allermann? Ja. Reichen noch drei Leute. Der, 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 ich kann nicht für 1000 Millionen, 500 Milliarden. Ich komme auch noch schlafen. So weit musst du gar nicht weggehauen zu lügen. mit 100 leuten mit 81 ich brauche nur scheiß spitze können auch noch oder kann ich auch mit dem hammer das solcher bauen eigentlich schon ja bleib doch mal ruhig brauner warum eigentlich ruhig brauner russisch rassistisch russisch ich brauche Leder haben wir Leder ne hier nimm doch einfach auch ein Flash ja ich bin dabei im Moment ich sammle gerade alles zusammen aus den ganzen Kisten hier ja Flash brauchst du auch mal auf den Flash auf dem Leben ne noch mehr Letter hat Leni noch ein Liter? nein hat Leni noch ein Liter? nein hins los nein oh was ist denn überhaupt noch Rottenfisch ich hab da auch noch Leder also hinten bei meinem Botanierplatz ach hier habt ihr eigene Fritz oder was? ja Botanier ne das brauchst du einen großen Platz echt? hm hm noch Rottenfisch ok ich hab jetzt 63 Rottenfisch zusammensucht äh in dem Dschungeltempel war gerade ein Dispenser der hat ein Penguin ausgespukt ein Penguin? ja ein Penguin ja ein Penguin was die Leggings Penguin aus welchem Jahrhundert kommst du? aus Penguin Land kommt ja Penguin Land Digga Sure Land Penguin Land Sure Penguin In Digga Sure Penguin In Digga Sure Penguin In Digga Sure Penguin In Ja jetzt hab ich erstmal die scheiß Spitzhack gemacht jetzt geh ich immer in die Hölle und rum mir eben das ganze Zeug aus Gold dafür? nee wie wärs mit äh Ardite und Kobalt? so aber hä wir machen einfach Cobblestone Hammer will ich haben du bist behindert? ja 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 warte dann mach ich den Cobblestone reicht den Cobblestone Hammer? ja wo ist denn dazu? hier ja ich er hat tatsächlich auch gemacht ist doch schlitten einen Cobblestone Hammer schlecht ok ich mach den Cobblestone Hammer wir brauchen nachher das den kann man doch reparieren indem man einfach nur so mit so einer komischen Werkbank hier einen Cobblestone Cobblestone macht so gepressten aber die hält trotzdem nicht lange Magical Charles ja ich mach dir jetzt einen ne eins guck mal an wie du das machst ok du machst ein Haar mhm klingt ja immer noch Spaß ne mhm ja bockt richtig mir selbst umzubringen du Emo oh wir brauchen die zweite Stufe vom Hammer wir brauchen die zweite Stufe davon äh mit Reds war das doch oder nicht zweite Stufe? mhm nee mit Seriet Bricks und Gold oder Emerald Diamant je nachdem Cobalt Alt Copper können wir machen Copper ist ganz gut dafür brauche ich aber Seriet Bricks WTF haben wir noch Seriet Bricks gehabt? ne ok dann reiße ich eben ein bisschen von der Schmiede ab alle alle ja die Schmiede aber noch ja reiße ja und ja